Willkommen zurück Leute Mario und Luigi Super Saga im letzten Part haben wir Megarex oder wie das Fiederreißdorf Prinz wie heißt er Misses die Misses da besiegt jetzt gehen wir in diese Höhle geil Oh nein es ist eine Ewigkeit her dass ich seit ich das letzte Mal Besuch hatte wenn ihr wollt könnt ihr ruhig mit der alten Lohre einen Ausflug machen aber keiner weiß so genau wohin diese alten Gleise eigentlich führen wenn ihr springt findet ihr vielleicht sogar noch ein verhalte Ederscheine beleuchtet den Weg mit der Lampe um Gefahren zu erkennen und auszuweichen aber jetzt habe ich euch mit meinen langweilen alten Geschichten angehört und jetzt wollt ihr mit der Lohre fahren? Nö Wie geht das? So gut also fangen wir mit einer Übung an aber zunächst es ist hier drin ziemlich dunkel oder nicht? Mario mit A schaltest du das Licht an? Der hat einen coolen Hund Mit dem Steuerkreuz bewegst du das Licht Krass! Oh Luigi! Richte jetzt das Licht auf Luigi Wer weiß der dass das Luigi ist? Das ist eigentlich Grünkäppchen oder Dieter nicht vergessen Mario du bist Luigi beleuchtetend und sieht Luigi eh gar nichts als nächstes ist die Sprengen dran Mario du springst mit A Luigi du springst mit B Nee der Oh nächster Punkt als nächstes lernt ihr wie man Edelsteiner nimmt kann man immer brauchen bes 저�rj und nimmt wie so viele ihr könnt der Mario so wie dieimpfte aaa Mario so eine rote parod Luigi sammelt grüne Edelsteine. Die willst nur sprengen. Wahoo. Die springen und schnappte die Edelsteine. Wahoo. Noch einmal. Gut gemacht. Die Öle steckt voller Gefahr. Steine fallen auf die Gleise und Monster reifen plötzlich an. Weicht allen gefahren aus, sonst verliert ihr am Ende noch die Edelsteine, die ihr gesammelt habt. Könnt ihr beide gleichzeitig einem Hindernis ausweichen? Ne. Können wir nicht. Ja, opfer. Boom. Boom, chicka chicka lager. Und wieder erspringen. Zum Schluss noch eine wichtige Sache. Maros Lampe wird mit der Zeit immer schwächer und dunkler. Deshalb müsst ihr Batterien sammeln, bevor es ganz dunkel ist. Also üben wir. Ja. Und jetzt wird's ernst, okay. Oh man. Wollen wir mit der Lore fahren? Ja. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich verkacke. Ja. Ja. Sag mir mal, wenn bei Luigi so ein Edelstein ist, okay? Ja, muss aber auch auf Gegner gucken, ne? Ja, ich weiß. Edelstein! Wie lange ist denn diese Scheiß-Bahn? Ich hasse das, jetzt schon. Erinnert mich an Donkey Kong. Wir haben verkackt. Muss man was machen? Ja, das weiß ich ja nicht. Da war ja noch ein anderer Weg. Ja gut. Auf sowas habe ich nie Bock. Kann das sein, dass wir hier gar nicht... Ja toll, können wir, wenn ich das richtig sehe, müssen wir das machen. Ja toll. Kacke. Und ich bin Kacke, ja. Hammer! Du meinst Dildo. Dilda! Finsterlore. Finsterlore. Zum Fuß der Lachberge für maximal zwei Personen. Gehen müssen wir uns. Fistelore? Finsterlore. Habe ich Fistelore gesagt? Du Schwein. Hahahaha. Hahahaha. Aber da habe ich eine Frage, wer ist denn die gute Lore? Wenn die Fistel ist. Oh mein Gott. Das Niveau muss doch hier erhalten bleiben. Also, am Boden halt. Jump Motherfucker. Jump Motherfucker. Ich muss 10 Stück sammeln, das weiß ich jetzt. Ja, ich auch. Jump! Mit Loo! So. Du musst auch den Gegnern ausweichen, sonst verlierst du wieder. Siehst du, da ist schon wieder welche weg. Ich wusste jetzt nicht, war der im Vordergrund oder im Hintergrund da. Scheiße. Springe einfach immer. Jump! Ah, komm! Spring! Ja, spring! Yes! Jetzt nicht mehr rammen lassen! Ich weiß, naja! Dann weiß ich nicht, wofür man das braucht. Hm... Bravo! Das ist der Opus einmal da, oder was? Italiano bravo bravo. Ist der Opus einmal da? Oder was? Ja... Ist doch jetzt nicht. Ich bin jetzt ein Zauberer, bin vor allem Zauberer. Oh, wieder hier? Ich komme wohl nicht mehr runter vom alten, steuengleichstes Leben. Da euer Abenteuer gerade erst begonnen hat. Fahrt wohl und viel Erfolg auf allen euren Wegen. Wie ihr erst begonnen? Toll. Nee, der Hund ist nicht da, also kann das nicht der gleiche sein. Aber ist doch Dettel. Oh, dankeschön. Jetzt will ich wissen, wie lange du rumstandest. Du warst so dann weg. Wie? Absehn ist der Aufnahme. Wie lange geht der Part? Acht Minuten. Das heißt, du standest ca. 20, 30 Minuten einfach nur da sinnlos rum. Also, im Spiel. Nächte nicht. Nee. Nee. Wie alt Krone werden. Uff. Uff. Warte. Hä? Wer ist das? Oh nein. Wir müssen euch noch was sagen. Wir hatten euch noch gar nicht gezeigt, wie ihr die Dildos im Kampf benutzt. Wollt ihr es wissen, damit wir jeden Gegner in den Arsch pumpen können? Nee, weißt du doch. Okay. Gut, wir erklären euch die Festübung, keine Ahnung. Also, zur Handhabung des Dildos. Dienen die Tasten A. Dienen die Tasten A und B. Wollen wir lieber üben, statt nur zu reden. Zuerst der Hammerangriff in der Solo-Attacke. Guckkulung. Moment mal. Drück S A. Boah. Guter Schlag. Der steckt ein. Aber ein Betonschädel hält ne Menge auf. Drücke Wände. Drücke Wände. Dildo kräftig zittert. Vibriert. Wenn er vibriert. Und der grüne Kollege. Drücke B. Wenn es vibriert. Vor allem. Ich kann euch nicht mal vibrieren lassen. Also, ab jetzt könnt ihr den Dildo zur Verteidigung benutzen. Hier. B gedrückt halten. So lang. Du musst vor dem Zittern loslassen. Und dann kommt er auf die Tür zu gehen. Der schlau. Genau. Nochmal üben. Nein. Also. Achso. Achso. Den haben wir nach hinten ziehen und loslassen. Ach. Vibriert. Achso. Das ist die Hammerverteidigung. Übt sie perfekt. Äh. Egal, ach. Verstanden? Dann wieder zurück. In Pornoland gibt es Gegner, bei denen Springer allein für einen Sieg nicht ausreicht. Also lernt den Dildo zu benutzen. Den Umgang mit den Dildos werdet ihr schnell lernen. Übung macht den Meister. Und mein Arsch ist voll mit Kleister. Tja, wir gehen zurück zum Dorf. Und dann fahren wir nochmal mit der Lohre. Lohrenfahren ist scheiße. Da gibt es ganz viele Dildos in meinem Arsch. Du meinst wohl, das ist finster und spannend. Tschüss. Ich mag die. Klong und Kabon. Heißen die Klong und Kabon? Ja klar. Baaah. Geh erstmal runter. Runter. Ach, wirklich. Runter. Runden ist doch er. Da. Dieter. Dieter. Hä? Da muss ich erstmal dran gewöhnen, wahrscheinlich. Bam. Hm. Die Jetsse. Schau mal da gelacht. Hä, wie geht das denn? Oh. Jetzt. Was soll man ganz schnell machen, vielleicht. Oder gedrückt halten. Aha. Ich hab keine Ahnung. Bin zu blöd dafür. Irgendwie. Und ich kann RPGs eigentlich. Ah, dankeschön. Warte, 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 warte. Erstmal gucken. Die KP sind gut. Angriff. Mach mal Bart. Mach Bart wieder. Bei Verteidigung, Geschwister. Jo. 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 Yes. Plus 2 ist immer gut. Nein, bei Bart, Alter. Bei Bart kriegst du sonst eigentlich immer nur plus 1 oder plus 2. Das höreste, was ich bei Bart hatte, war plus 2, Alter. Du hast es mal gespielt. Dream Team Bros. Ja. Und das ist es einfacher, um Bart zu bekommen, eigentlich. Ich hab noch mehr Zeit zu üben. Oh, shit. Ich muss mal unprofessionell sein. Ich wurde gerade gerufen. Okay. Okay. Ich hab, ich kann das nicht. Oh, ein Missverständnis. Ich wurde gar nicht gerufen. Ach so, ich hab's raus. Ich weiß, wie ich's machen muss. Wie denn? Ich hab grad plus 7 gehabt. Oh. Ich bin dieses Durchwechseln dumm. Schocker! Weil Luigi solltest jetzt eher einen toll haben. Der mit seinem Bart, Alter. Nein. Auf die Rübe. Bäm, schocker, schocker. Schau dir vor, du pusht einfach das gesamte Spiel lang nur den Angriff hoch und den Bart. Du wirst so eine schlechte Verteidigung und schlechte KP haben aber so gut angreifen. Du brauchst so einen, der nur KP und Verteidigung hochbekommt und der anderen nur Angriff und Bart. Das wäre eine gute Taktik. Ach so. Ach so. Ach so. Ich hab das die ganze Zeit falsch gemacht, jetzt weiß ich wie's geht. Einmal drücken, bis nach hinten durchlaufen lassen und dann nochmal drücken, oder? Nein. Der macht automatisch zieht der den Hammer. Ach so. Ach so. Aber jetzt interessiert mich noch, was da oben war. Auch gut, jetzt sind ja eh die Gegner weg. Da ist der Dieter, da ist der Gründer, da ist der Heringsbergings. Das Spiel ist eigentlich voll cool. Warum kann ich eigentlich nicht früher auf die Idee das Feld wählen? Was? Warum bin ich eigentlich nicht früher auf die Idee gekommen, dass du zu Let's Play? Weil der Spielstand weg war und du dann keinen Bock mehr drauf hattest. Ne, die Aufnahme war kaputt. Ja, genau. Weil ich hatte mega Bock auf das Projekt, weil ich die Tod so cool fand. Und kurz darauf, jehle ich dich denn das, Tod. Oh Gott. Puh. Stimmt, das hat damit zu tun, genau. Ich bin ein Fan. Ich will wissen, was hier ist. Oh Gott, ich hasse es, wenn man so viele offene Wege hat. Da warst du schon, oder? Ach so, ne. Das ist nur ein Weg zurück, das. Unnötig. Bist du noch da? Was? Bist du noch da? Ja, hier kamen gerade meine Eltern. Ich hab mich noch stumm gemacht. Okay. Mit dir. Scheinbar können wir hier noch nichts machen. Dann gehen wir mal zurück. Yes. Bodenborg, Bodenborg, yeah, yeah, yeah. Bist du noch da? Ich find das lustig, wie die laufen. Das ist jetzt der neunte Part? Ja. Und dann müssen wir noch einen zehnten aufnehmen, ne? Warte, ich guck hier nach. Einfach nach nach dem Part. Die Leute wissen, welcher Part es ist. Wie gerade. Das ist mir egal. Hä? Also ich hab mal Lust. Ich hab Lust auf. Ich hab Lust auf. Ich hab Lust auf aufnehmen. Oh, ich hab Probleme mit Internetverbindung. Ja, hört man. Oh shit. Wieder besser? Den kann ich also springen, okay. Ist wieder besser? Ja. Gut, weil hier ist gerade der Sturmtief Niklas, ne? Ja. Ja. Mein Vater hat schon gesagt, das Schlimme ist, dass das Internet auch und das Fernsehsignal weggehen kann. Und da hab ich dann gedacht, oh nö. Ich hab schon wieder verkackt, aber ich hab's nicht alles gemacht. Opfer. Bodenborg, yeah. Go, go. Hier war irgendwo noch ein Gegner. Darauf geschissen. Der lässt sich schon blicken, der hat. Oh. Vor allem vor lauter Rauschen bei dir. Hört man den Hintergrundtorn gar nicht. Wie vor lauter Rauschen? Du raust grad voll. Oh. Scheiße. Ah, jetzt geht's grad. Ist natürlich ein bisschen unprofessionell, aber geht halt nicht anders. Ja. Au. Öff die Fresse. Öff die Fresse. Öff die Fresse. . Finish him. Finish him. . Yeah. Wahoo. . Möchte ich dir nicht. Oh, kacke. Uff, die Fresse. Aber ich verwechsel das immer. Oh, ich glaube, Mario stirbt sofort. Oh. Uff, die Fresschen. Warte mal. Mario kriegt erstmal. Ach doch, Nüsschen. Nee, warte, Nüsse musst du dir für Dings aufheben. Die nehme ich für Bosskämpfe und so. Ja. Da kannst du nichts machen. Bosskämpfe. Du raust schon wieder. Ah, das reißen die Nacht. Das raust, das reißen die Nacht, das Rollo-Ros hier, Alter. Ah, jetzt raust du schon wieder nicht. Oh, kacke. Alter, das ist, der kann jetzt auch nichts für. Oh, ich bin für Rüchilo. Da kann jetzt gemacht, oder wie? Nein. Da kann jetzt aber auch nichts für, ne? Naja, es ist auch nicht so schlimm. Ja doch, es ist schon scheiße. Vor allem in der Aufnahme. Wenn das jetzt so passiert, wäre es auch egal gewesen, aber... In der Aufnahme ist halt wieder scheiße. Vor allem in so einem Projekt. Hä? Oh, da ist doch der Dita. Diese Gegner sind aber jetzt Ditas, okay? Ja, das sind die Ditas. Sieht ein bisschen aus wie... dieser Ententyp aus... Bugs Bunny. Ey, Dita. 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 Ja, gut draufgesprungen. Mach mal den Sprung auf den da. Bam, schick, schick. Weil Mario ist irgendwie ein Sprung, ja. Das ist aber auch ein Gesichtshauer. Eier, Mario ist so oder so ganz stark. Aber ich glaube, Luigi ist mit den Hammern besser, ne? Äh, Dildo. Ja, genau. Mit den Dildos ist der besser. Ja, Daisy sieht auch geil aus als Peach. Das erklärt einiges. Hat auch bessere Übungen, also. Ist auch das Übungsmaterial. Ja, eben. Peach ist halt nur ne Bitch. Wird halt... Wird irgendjemand Peach vor Daisy ziehen? Nee, ne? Also ich nicht. Ich auch nicht. Ich würde mich auch nicht für eine von denen entscheiden. Nee, ich... Wenn Peach oder Daisy dann nehme ich Rosalina. Yoshi Theater. Geh doch erst mal... dahin, wo du hin musst. Oh nein, Luigi. Alter, sind das für abgefuckte Goomba-Koopa-Dinger. Ey, das ist... Was zur Hölle? Ja, du solltest dann wirklich noch nicht sein. Ähm. Was haben die für ne abgefuckte Verteidigung? Tschüss. Alter. Ja, das ist nichts für... Solltest du am nächsten lieber pflichten. Schnellerfall, ich geh... Ich glaub, wir sollten hier noch nicht sein. Ich glaub, du hast recht. Du hast gesagt, du solltest erst mal zu Bodenburg. Nein, jetzt müssen wir da nicht ernsthaft alle nochmal machen, oder? Egal, das machen wir im nächsten Part. Dieser Part ist ein bisschen überzogen. Wir sehen uns gleich wieder da hinten. Ciao. Mhihihi. Also, im nächsten Part.